Hallo Leute, willkommen zu Red Wim Armee Basis und ich bin immer noch krank. Also dann, los geht's. Verdammte Kacke, ich bin krank und ich hab keinen Bock zu kämpfen. Ähm, nein, zwischen Let's Plane meine ich. Aber ich muss ja, weil das gehört zu meinem Spezialprojekt, was ich bei meinem 12. Geburt... Äh, nicht bei meinem 12. Am 12. Jeländen Spastis. Äh, am 12. zeigen werde, also bei meinem Geburtstag. Stirb. Stirb. Dankeschön. Ach ja, ich hab einen Bug gefunden, weil ich hab das davor einmal gespielt. Ich hab eine Stelle gefunden, wo man nicht mehr hochkommen kann. Okay, das kann gerade, ähm, pervers. Ähm, also, man kann nicht mehr hochkommen. Okay, man kann das nur so sagen. Aber es gibt kein anderer... Was willst du? Okay. Du bist weg. Du bist auch weg. Ähm, so, 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 so. Und... Du... Okay, erstmal dich töten. Und so, und so, und so, und so. Apfel, meins. Und springen. Und so, dankeschön. Und so, und so. Okay, was bringt das jetzt mir? Also, unverwund... Ein bisschen Unverwundbarkeit. Unverwundbarkeit. Wie bei Mario, das ist ein Powerstern. Du bist weg. Ich wusste, dass irgendwas kommt. Okay. Okay. So, 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 so. Dankeschön. Okay, derjenige ist runtergefallen. Du bist tot. Du bist dämlich. Du bist dämlich, hab ich gesagt. Nee, der Spastikus. Wie wärst du mich? Wir sind nicht in Afghanistan hier. Okay. Okay, okay. Oder in Libyen. Oder in Tunesien, wo dieser ganze Bürgerkriegscheiße ist. Nur wegen Ben Ali. Ja, ein bisschen Geschichte muss ich ja rumerzählen. Was ich heute in der Geschichte also gelernt habe. Ich will auch meine Zuschauer ja auch bilden. Ich sorge mich um die Bildung der Schüler. Also, meiner Zuschauer. Und du bist weg. Dankeschön. Ach, komm. So, dankeschön. So. Komm. Ach, verarsch mich. Weg mit dir. Hier war doch irgendwas. Okay, meins, meins. Dankeschön. Und ja, man hat das gebracht. Okay, geschafft. Ah, das muss die Red Bull Army sein. Oh, man war eine Nase. Okay. Ich bin jetzt auf dem Boden. Ein Baum. Okay, es geht los. Ach, die Motzer muss sich ja... Ach, die Soldaten, meine ich, muss sich ja nicht angreifen. Ich zeige euch den Bug, wo ich den gefunden habe. Dass ihr aber später merkt, dass man da nicht hochkommen kann. Ach, komm. So, so. Ach, komm, so. Ach, das geht am schnellsten. Boah, meine Nase. Ich bin weg. Also, ich bin komplett weg. Okay, so. So, dankeschön. Zieh, zieh, zieh. Dankeschön. Und... Ich bin jetzt... Ach, ich habe gerade gesagt, das ist ein bisschen besser das Spiel als davor. Okay. Willst du mich verarschen? Komm. Und weg. Du bist auch weg. Achso, ich dachte, du hast eine Tür. Egal. Ein Leben dazu. Und... Du bist weg. Dich verprügel ich. Du bist auch weg. Komm. Stirb. Doch. Du elinder Spast. Oh. Okay, komm. So. Und so. Und so. Ach, der ist sowieso dämlich im Kopf. Komm. Dankeschön. Und rein mit mir hier. Hey, das kenne ich gar nicht. Ich habe Geheimpassage gefunden. Hey. Das kenne ich noch nicht. Und das ist eine Abkürzung zum Boss. Und das ist eine Feder. Okay, dankeschön. Ich wusste gar nicht, dass man das hier holen kann. Okay, hab ich aber jetzt. Achso, okay. Und komm ich dann an. Okay, hier auf dem Boden. Ach, du elender Spasti. Stirb. So. So. Ach, war zur Hölle. Ihr wollt mich doch verarschen hier. Ach, ach ja. Hier gab es das. Den Hamburger. Und irgendwie leben oder so. Nein, wird leben. Aber nee. Dingsbums. Okay. 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 So. Ich scheiße auf das Teil da. Kommt mal alle hierher. Kommt mal alle hierher. Bitte, bitte. Und. Dankeschön. Und. Weg mit euch. Weg mit euch, hab ich gesagt. Dankeschön. Boah, meine Nase. Boah, meine Nase. Die riecht nicht auf. So. Okay. Ich wusste, dass auch noch diese Teile kommen. Boah, komm. Meine Nase. Boah. Okay, das läuft ein bisschen besser als davor. Aber ich hab's ja davor durchgespielt. Und zu dem Bug bin ich dann hergekommen. Ach, fahr zur Hölle, verdammt. Danke. So. So. Ich sag mal, langsam. Und geschafft. Kommt gleich der Bug. Wenn ja, dann zeig ich euch den mal. Aber ich werde da nicht runter. Ich werde da niemals runtergehen. Okay. Okay, wo ist der Bug? Wo ist der Bug? Aber erstmal kommt hier so einer. Ich weiß nicht, wozu er da ist. Komm. So. 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 Komm. Ich karte. Hände. Dankeschön. Okay, ich krieg den Apfel dazu. Dann hab ich den wieder zurückbekommen. Den Schaden, den ich davor verloren habe. So. So. Okay. Dankeschön. Ach, die sind böse. So, Fahrzeug. Ach, komm. So. Dankeschön. Ach, ich bin... Ach, da unten ist er Back. Also, man kann nicht mehr hochgehen. Also, wenn man hier einmal runtergefallen ist, kann man nicht mehr. Da ist ein Leben und alles. Aber das bringt euch nichts, wenn ihr da runterfällt. Weil ihr kommt nicht weiter hoch. Also. Ja, ihr kommt nicht weiter hoch. Also, das bringt euch nichts. Das bringt euch ganz und gar nichts. Oh, fick dich doch. Verdammte Kacke. Los. Ey, muss ich von vorne wieder? Warte, ist das von vorne wieder? Ah, nein, ist nie von vorne. Zum Glück. Ich hatte auch keinen Bock, nochmal das zu machen. Okay, jetzt kommen diese komischen Viecher. So, so. Ja, komm. Ich habe hier genügend Leben. Und Dankeschön. Zieh mal. Ach, er zieht nie. Okay, nach oben. So. So. Okay. Ich mache den sicheren Weg. Nicht, dass ich wieder so einen Graben lande. Und wo kommt der eigentlich? Hat den Gott mir geschickt oder was los? Ach, komm. Weg mit dir. Kommt der Nächste. Scheiß Flieger. Kommt. So, Hamburger. Dankeschön. Scheiß Bombe. Und wo zum Teufel bin ich jetzt? Oh, ich bin da. Okay, den muss ich verprügeln. Den muss ich auch noch verprügeln. Den muss ich auch noch verprügeln. Dankeschön. Boah, wie lange dauert das noch? Okay, zieh einfach mal durch. So. So, so, so. So, so. Und so. Ihr, fügt dich doch. Boah. Verdammter Schaden. Okay, das bringt mir nichts. Ich habe keinen Schlüssel gefunden. Was bist du für einer? Die Leute, du siehst irgendwie anders aus. Ach, der explodiert auch noch. Okay, das war jetzt ein bisschen verschwendet, aber egal. Äh, okay, wie komme ich runter? Okay, so. Und nochmal. Stirb. Äh, okay, geschafft. Ach, nur ein Riesenteil von denen. Scheiß, mein Leben. Ach, kack drauf. Kack auf das Leben. Oh. Leute, der verarscht mich hier, dieser komische Wolf. Ich habe schon scheiß Laune, weil ich Kopfschmerzen ein bisschen jetzt habe. Okay, ich bin bald tot. Ey, ich verschwinde. Kein Bock, warum kämpfe ich eigentlich gegen die? Okay, zieh, 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 zieh. Warte. Okay, weiter geht's. Ich musste kurz was... Och, kacke. Eigentlich müsste es genau diese Teile sein. Okay, da bleibt noch eine Möglichkeit. So. Doppelter Zerstörung. Okay, geschafft. Wie ist das möglich? Er ist nur ein Kind. Wir sollten erstmal von hier verschwinden und unsere Truppen wieder aufbauen. Mist, dabei fehlt dir nicht mehr viel und ich wäre auch etwas größer geworden. Was sagst du da? Das war alles, was du dir wünschen wolltest? Ruhe. Würde deinen Kommandanten kritisieren? Ach, Herr Black hat ihn dann getötet. Gott. Du bist es nicht wert, unser Kommentant zu sein. Ich werde die Red Wim-Armee wieder aufbauen. Der Dragon Ball ist da drin, oder? Hm, hm. Da bist du also. Aber nicht mal du. Kannst mir das Wasser reichen. Red nur... Red du nur. Aber beeil dich wenigstens, damit wir... Damit wir es unter... Hinter uns bringen. Ach, du Kacke. Ich bin... Ich habe keine Chance, gegen ihn zu gewinnen. Ähm. Ey, wenn ich jetzt mit so wenig Leben ihn besiege, dann ist das heftig. Okay. Ich brauche ein bisschen mehr Leben, sonst... Ähm, ja. Ja. Okay, geschafft. Ja, greif mich noch weiter an. Hä? Wie hat er mich jetzt getroffen? Komm. Kriegst mich nicht. Den kriegst du auch nicht. Den auch nicht. Den auch nicht. Und wo landest du? Komm. Ey, ich glaube, ich kann ihn noch schaffen. Okay, muss aufpassen. Ja, ich glaube, ich kann ihn schaffen. Verdammt. Okay. 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 Ach du Kacke. Okay, komm. Triss mich sowieso nicht. Ach du heilige... Wie schnell er das gemacht hat. Wie schnell er das gemacht hat. Verdammt. Verdammt. Dann kann ich das noch schaffen? Verdammt. 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 Okay. Ey, willst du mich verarschen? Ey, nochmal. Komm. Okay, ich habe den Trick raus, wie man ihn besiegt. Okay, komm. Du hast sowieso einen Fettkopf. Und wo landest du? So. Ey, wie nochmal? Mal. So. So. Okay, komm. So. Und so. Okay, komm. Wenn ich so weiter kämpfe, habe ich gewonnen. Kacke, ich habe nicht aufgepasst. Okay. Okay, komm. Irgendwas kommt jetzt Böses. So. So. Okay. Okay, komm. Verdammt. Irgendwas kommt jetzt. Okay, das war jetzt... Okay, komm. Ich habe gewonnen. Da gibt kein... Ich kann jetzt nicht verlieren. Gewonnen, verdammte Kacke. Ja. Gib mir klar. Ja, raste aus. Zu guter Letzt besiegte Goku die Red Wim-Armee. Ganz allein. Nun fehlte nur noch ein Dragon Ball. Aber... Mir reicht's. Der Dragon Ball... Der Dragon Ball da ist schon wieder kaputt. Und somit weiß ich nicht, wo der letzte Dragon Ball ist. Hey, Goku. Ah, Bulma. Und Mutten Roshi. Wir wollten dir helfen. Aber du hast ja bereits alles erledigt. Alles allein geschafft. Bulma, könntest du bitte den Radar reparieren? Zeig mal her. Komisch. Er funktioniert ganz normal. Das könnte bedeuten, dass der Dragon Ball von irgendwas verspügt wurde. Das ist allerdings ein großes Problem. Was nun? Ähm... Geh doch zur Hellseherin Baba. Die kann dir bestimmt sagen, wo der Dragon Ball ist. Wirklich? Okay. Bin schon unterwegs. Speichervollgang. Gespeichert. Und... Wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss.